Hallo ihr Lieben zusammen, grüßt euch. Wir haben Karfreitag und es ist 19.15 Uhr am 20.04.2019. Steckt sich alles so ein bisschen hin. Das ist jetzt aber der Trailer für den nächsten Schrumpfkopfbeitrag. Ich habe mir da jetzt mal was vom Udo Dierkschneider ein Lied rausgesucht. Das nennt sich Kill the Pain. Wir könnten vielleicht auch sagen, Kill the Evil. Das wäre vielleicht besser. In mehr oder weniger schon gewohnter Manier. Wieder mal ein paar Gedanken dazu. Es bleiben ja nicht mehr so viele Momente was zu tun. Es spitzt sich extrem zu alles. Von daher haue ich halt das jetzt nochmal raus. Auf Facebook bin ich gesperrt. Noch ein paar Tage. Insgesamt waren es 30. Bitchute hochladen. Klappt mal. Klappt nicht. Also der normale Wahnsinn wie gehabt. Und wenn euch das Lied dann vom Udo nicht gefallen sollte, könnt ihr es ja nachher entweder total runter dimmen oder muten. Dann seht ihr nur meine eingeblendeten Gedanken. Okay. Dann gehen Sie mal bitte. Vielen Dank.